Die Sieger aus Mathe 3, Kene, Mavi aus Stausberg, es kämpfen jetzt in der Gewichtsklasse bis 37 kg, 15 kg, Mendig, Wolfgang, Mati aus Chemnitz gegen Hebesstreit, Tom, oder Wolfgang, es bereiten sich vor, in der Gewichtsklasse bis 55 kg, 15 kg, Mendig, Wolfgang, 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 in der bis 500 kg, Mendig, Herzog, Stefan, Leipzig gegen Sienan, Ering, Rostov, es bereiten sich vor, in der U15, Mendig, bis 50 kg, Berg, Aldotken, jetzt gegen Regner, René, Straussberg. Der Weg nicht. Malazi, Tohan. Frohstam Burgstepper, bitte auf Mathe 1. Sieht auf Mathe 1, damit Frank Gerla. Es kämpft nur auf Matte 1, U11-Männlich mit 32 Kilogramm, Erik Fedorov-Werdau gegen Franz Müller-König. Jetzt bereiten sich vor auf Matte 1, Luca Wette, Leipzig, King Marvilleton, Valido. Sieger, die Kämpferer, Matte 2 bitte mal zum Sprechertisch. Die Kämpferer, Matte 1, U11-Männlich mit 32 Kilogramm, die Kämpferer, Matte 1, U11-Männlich mit 33 Kilogramm, die Kämpferer, Matte 1, U11-Männlich mit 33 Kilogramm.